Ja, grüß, herzlich willkommen, mein Herr Paterhoff, beziehungsweise Coach, Kunstpsychologe und wieder im Fokus von Katzenhausen, ja. Gott, ey, ich komme euch immer auf ein Video, es ist zum Schießen, ey. Ja, ne? Ich bin mir schon richtig dran gewöhnt. Ja, schaut mal in den neuen Resilienzkurs rein, beziehungsweise kann man es zum Frühbucherpreis gerade kaufen. Oh, jetzt zerkratzen ich wieder meine Hosen. Genau, so, okay, bevor ich jetzt völlig abgelenkt bin, wir haben wieder eine schöne Mail, du kannst auch Mail schicken über ein Formular auf libysche.de und es geht um das Thema, ja, bestimmte Ratschläge einfach mal umzusetzen, sage ich mal. Weil eins der Hauptprobleme, was ich immer wieder sehe, warum Leute nicht weiterkommen, ist, dass die die Ratschläge, die man ihnen gibt, dass die einfach nicht umgesetzt werden, ne? Ich meine, ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich war da früher auch verstockt mal, ich kann das verstehen. Nur, es ist einfach Fakt, wenn du immer wieder den gleichen Ratschlag bekommst und du setzt ihn nicht um und du wunderst dich dann, worum es nicht besser wird, dann ist das der Grund irgendwie, ne? Und das Problem war auch neulich mal mit einer anderen Coach-Show unterhalten, die sagt, sie kennt das Gleiche, dass du dann, ja, zum Beispiel sagst, ja, das ist, was nicht, super liebessüchtige, toxische Beziehung, glaube, oder was denn, ja, sagen wir mal nur, vielleicht keine gute Idee, immer mal wieder das Facebook-Profil zu stalken, den ganzen Tag, geht es dir schlecht mit? Ja, okay, habe ich verstanden und dann nächste Session, ja, mir geht es so schlecht oder keine Ahnung, mir geht es was weiß ich, mir geht es nicht gut damit in meiner Situation und, ja, und dann fragst du, was macht denn das Facebook-Profil? Ja, ich gucke immer noch, habe noch ein Fake-Profil angelegt und, ja, also, wenn man, es gibt ja wenig Bereiche in der Psychologie, wo man mal so ganz klare Ratschläge geben kann und, wenn man die dann nicht umsetzt, ist es menschlich und alles, ist auch alles in Ordnung, ist ja deine, aber dann, ja, geht es nicht weiter, das ist einfach so, ne? So, also, lieber Christian, ich verfolge seit circa einem Monat deine Videos auf YouTube und habe mich vor ein paar Tagen entschlossen, eine Online-Kurse auf libysche.de zu buchen. Ich bin gerade dabei, mich voll und ganz drauf einzulassen, bin überwältigt und geschockt, da ich erst jetzt verstehe, warum ich immer die gleichen Menschen in mein Leben ziehe. Ich befinde mich gerade in einem Umbruch in meinem Leben. Durch deinen Online-Kurs ist mir bewusst worden, dass ich noch nie eine gesunde Beziehung hatte, ich selbst mehr als verlustängstlich und co-abhängig bin und die Liebesucht ein täglicher Begleiter ist. Ich fühle mich erst jetzt verstanden und möchte etwas in meinem Leben verändern. Das Trend der Energiewende hat mir sehr gut getan, auf meinen Ex-Freund bezogen. Was meinen Ex-Mann betrifft, muss ich die Übungen wohl öfter machen. Jetzt die ganzen Details würde ich mal einmal rauslassen. Es geht jetzt darum, dass sie zwei Beziehungen hatte, die beide ähnlich beschissen gelaufen sind mit Kindern und diesen ganzen Problemen. Da mache ich ja immer nicht so gerne drüber reden auf YouTube. Aber wir gehen mal weiter in dem Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Die Trennung war nicht leicht, aber jetzt ein halbes Jahr später meldet er sich immer noch. Ich habe ihn überall geblockt, weil er plötzlich steht, stehen Blumen vor der Tür. Ja, wie nice. Ich habe beschlossen, eine Dating-Pause einzulegen, um mich endlich mal auf mich zu konzentrieren. Ja, du bist ja jetzt, ich muss ja auch gnädig mit dir sein, bist ja noch nicht lange in meinen Kursen. Aber wenn du Modul 2 hast, dann wirst du ja auch das mit der Dating-Pause gesehen haben, was ich für super wichtig halte, wenn man sich aus dem Plusbowl rausarbeiten will, aus diesen liebessüchtigen Beziehungen. Weil, ja, man ist einfach ein Junkie und man muss einfach mal komplett detoxen. Und offensichtlich, hast du ja auch mal was gelesen schon mal von der Übung. So, also ich habe beschlossen, eine Dating-Pause einzulegen. Das Problem, vor etwas einem Monat habe ich einen Mann kennengelernt. Es gab vier Dates, die sehr schön waren. Ja, das ist genau das Problem, wenn man, also ich habe das früher auch nicht eingesehen, warum soll ich jetzt eine Dating-Pause machen? Ich habe doch zufällig gerade jemand anders kennengelernt. Ja, es kommen immer neue Leute, mit denen man die nächste toxische Beziehung führt. Deswegen braucht es diese Dating-Pause. Das ist auch echt nur, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Monate im ewig langen Leben, wo man mal auf Null geht. Aber man, wie gesagt, du bist jetzt noch nicht lange dabei, aber man, ich kenne das von so vielen, man will es einfach nicht, man will es nicht, man will es nicht, man will es nicht. Ich wollte es damals auch nicht und das war so ein Augenöffner für mich. Aber Dating-Pause heißt eben, du lernst auch keinen Mann kennen, fertig. Und du blockst jegliche Versuche ab, weil du bist ein Neutrum und du nimmst an diesem Leben einfach nicht mehr teil. Sonst ist es keine Dating-Pause. Dann kann man es auch lassen, weil es kommt immer jemand Neues an. Und das ist halt auch so eine Illusion. Plötzlich schickt mir das, jetzt kommt bestimmt jemand Nettes, das Universum schickt mir bestimmt jetzt jemand Nettes. Nein, es ist nur der nächste Test, der nächste Mensch, der genauso ist, die gleichen Anziehungspunkte. Und man redet sich das immer wieder schön. Jetzt ist es anders, jetzt ist es anders, weil es die ersten drei Monate dann wieder nett ist. Und dann geht der Scheiß wieder los. Deswegen mach die Dating-Pause. Also, ich habe Nikolevsko kennengelernt. Er ist schüchtern und braucht etwas, um aus seinem Schleckenhaus zu kommen. Die Gespräche wurden aber immer offener, humorvoller und ich fühlte mich sehr geborgen. Ich habe mit ihm auch, also er ist, ich muss gerade mal gucken, wie den Namen hier. Er macht keinen Love-Bombing, geht das ruhig an und wirkt zerreflektiert. Ich habe mit ihm auch über meine Verluste angesprochen, dass ich mich gerade auf mich konzentrieren will. Ja, tust aber nicht, du dätest jemand anders. Mario ist gerade in der Ausbildung zum Physiotherapeuten. Ich weiß es nicht, ob es gut für ihn, ob es, ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist, ihn weiterzutreffen, da ich ja eigentlich eine Dating-Pause machen sollte. Nee, es ist nicht gut. Aber ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Also, ich meine, ich habe ja auch keine Glaskugel, aber normalerweise hat man seine Anziehungspunkte ja jetzt noch nicht verändert. Wie soll man da jemand wirklich anderes kennenlernen? Und entweder ist es einem zu langweilig, wenn es nicht toxisch ist, oder es ist eben wieder toxisch. Aber ich, seine Entscheidung, also, es ist auch, deswegen ist es auch besser, gleich in den Anfängen das schon abzufangen. Jetzt habt ihr schon vier Dates gehabt und jetzt, aber das ist genau so, wie das läuft. Dann sagt die Liebessüchtige, eine innere Stimme, sagt dann, komm, der ist doch schüchtern, das ist ein Lieber, das ist ein Netter, das kann doch nicht wieder so scheiße ausgehen. Und zack, hängt man wieder drin, hatte vier Dates und, ja, geht der Mist schon wieder los. Ach, jetzt kommt die Katze wieder, ich drehe durch, ey. So, jetzt muss ich mal wieder mal ein Deckel hinlegen. Ja, und schon, ähm, ja, redet man sich das wieder schön und hängt wieder drin und hat ja auch seine Abhängigkeit, selbst wenn er jetzt so netter ist, du hast seine Abhängigkeit ja nicht aufgelöst, ne, verstehst du, was ich meine. Aber letzten Endes macht ja eh jeder, was er will, soll auch so sein und will schon die richtige Entscheidung treffen. Aber wenn du mich so fragst, naja. Ich bin verwirrt, hab da ein Video gesehen, das seltsame Gefühl in der ersten sicheren Beziehung, äh, das willst du jetzt nicht so kurz haben nach so toxischen Beziehungen. Äh, wie soll das sein? Das ist ein Weg, den man sich hart erkämpft, ähm, weil du kennst ja nichts anderes und du hast jetzt nicht nur auf einmal, weil du, ich meine, meine Online-Kurse sind toll, aber nur, weil du da mal ein paar Wochen reingeguckt hast, ist es dann meist noch nicht alles unprogrammiert, ne, das sind, aber, ich meine, ich würde es dir natürlich wünschen, aber, äh, ja, ist schon auch echt Arbeit und viele Tests des Universums und das, ich würde mal vermuten, das ist eher ein Test des Universums, ob du jetzt wirklich eine Dating-Pause machen willst oder nicht und jetzt sagt sie das Universum, nee, sie will keine Dating-Pause machen, aber ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, weil der Weg ist kurvig, ne, irgendwie fühle ich mich so oder ist es wieder die aufkommende Liebessucht? Äh, ja, wie gesagt, das Problem ist ja, also entweder mit den wirklich sicheren Menschen ist es einem entweder zu langweilig oder ist es eben wieder toxisch, aber kannst du mir ja in drei Monaten nochmal schreiben, wenn du ihn weiterdaten willst. Äh, was würdest du mir raten? Dating-Pause ist Dating-Pause. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ach, die Kamera hier, weiß ich noch irgendwas, weiß gar nicht, was sie hat. Naja, egal. O 요� auch mal. Ь bräuch Jurassic Park , cole shut rock 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 rot rock 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 rock